Herzlich Willkommen! Erleben Sie noch einmal die bewegendsten, spannendsten und berührendsten Momente der Barbara-Karlich-Show. Heute Idole aus der Welt des Sports. Freuen Sie sich auf Weltmeisterin und Dancing-Star Michaela Kirchgasser, Tormann-Legende Michael Konzel, die Ski-Asse Egon Zimmermann und Karl Schranz, Eiskönigin und Sport-Moderatorin Ingrid Wendel und viele mehr. Wunderbar! Franz, ihr seid beide noch wahnsinnig populär und prominent, obwohl ihr, glaube ich, schon seit du 16 und Werner, glaube ich, 19 Jahren nicht mehr... Eher 20 wird bald 20. Eher 20! Ist das schon gar nicht mehr wahr? Ja, ich war jung halt, wie jung. Man sieht die aber nicht an. Nicht wirklich. Schau immer da gut aus, gell? Ja, ganz genau. Er hat natürlich schon ein bisschen ein Problem, wenn er jetzt noch Skifahren wird, war es eine Lawine und kein Skifahrer mehr. Ja, natürlich, ich habe damals schon gegen Franz verloren und dann habe ich mir gedacht, da musst du dich gehen lassen. Besser werde ich nicht mehr. Du warst ja eigentlich so dieser Zwischenzeit-Weltmeister, kann ich mich immer erinnern. Ja, ja, der Franz hat im Ziel immer gewonnen und ich habe es ihnen damals gezeigt, wie schnell man zu der Zeit hätte fahren können. Du warst jetzt auf der WM auch in St. Antum. Hast du da irgendwie irgendwelche Veränderungen bemerkt, im Gegensatz zu früher? Was war denn damals bei euch anders als jetzt? Nein, es ist eigentlich nichts mehr, der Sport ist nicht mehr ganz dergleichen. Wir haben ein paar Ski angehabt, aber so wie sie jetzt fahren, das sind körperlich natürlich viel mehr trainiert und das Material ist anders, die Biesten ist anders, die Abfahrt hat sich verändert. Das ist eine Kurve, nach der anderen. Früher ist man manchmal noch Schuss gefahren und nach einem Schuss eine Kurve zu erwischen, ist manchmal ein bisschen schwieriger. Aber es ist so, man muss immer gewinnen. Also, die fahren zwar auch noch Ski, aber es ist total anders, als es war. Wenn ihr beiden auf die Piste euch schmeißt, sind dann die Carving-Ski angeschnallt? Ja, sicher, aber ich brauche sie nicht mehr so oft. Ich bin draufgekommen, ich werde nicht mehr besser. Ich muss meinen Horizont überschritten haben und jetzt treffe ich den Franz am Golfplatz, da ist er auch noch ein bisschen besser, aber durch einen Vorteil, ein Handicap, kann ich einen Hirten schlagen. Und dann ist er ganz sauer. Was spielt ihr für ein Handicap? Sein Hundling, der... Er spielt fünf von den zwölf, aber... Na, das ist aber viel besser, hm? Ja, das ist sein Leben. Er war im Skifahren auch besser geworden. Aber trotzdem hat man Geld, wenn man ein Hundling am Sonntag hat, das verstehst du? Wie oft spielt ihr denn miteinander? Habt ihr die Zeit dazu? Naja, getraut sich nicht mehr so oft gegen die Anträge. Früher habe ich ja noch besser, aber hat er gesagt, Franz, wann spielen wir ihn wieder? Und jetzt sind... Ja, jetzt bist du nach Wien gezogen und ich lebe immer noch in Ostia. Also, früher waren wir näher beieinander, haben wir noch mehr Zeit miteinander gebracht. Und es ist halt so, wenn er damals vom Skifahren so viel gewusst hätte, wie er heute vom Golf aus, dann wären wir uns wahrscheinlich um 30 Sekunden davon gefahren. Tatsächlich? Das ist aber auch passiert. Das muss man damals auch schon sagen. Was ist denn schön nach Golfen oder Skifahren? Wenn ich wählen kann, ein schöner Tag, Pulverschnee, Wolkenloser, also Temperatur passt. Ich bin am Gipfel vom Berg, jetzt Skifahren ist schon noch schöner. Aber leider sind die Tage nicht so häufig. Dann tue ich Golfspielen, Fazien. Du lebst ja, was nicht so viele wissen, eigentlich im Hauptsitz ist in Wien. Gebültiger Kärntner, aber du bist die meiste Zeit in Wien. Ich würde sagen, ich bin Kärntner, der in Wien lebt und Kärntenwerber ist. Aha, also du bist hier, um ein gut Ding zu machen. Ja, natürlich, ja. Fremdarbeiter sozusagen in Wien. Ganz genau. Wäre das für dich auch was gewesen, nach Wien zu ziehen? Nein, ich bin nicht für die Großstadt geboren. Ich bin in Lienz als Kaminkehr tätig, also über den Dächern von Lienz, so wie die Grace Kelly damals über den Dächern von Nizza war. Und der Franz hat sich das leisten können, nach Wien zu ziehen. Wenn eine Frau kommt, die da rauskommt. Aber du bist nicht im Kamin drinnen. Ja, wir haben ein Becher. Die Kabine sind nicht mehr so groß wie früher. Naja, lasst sich alle umbauen, eine neue Bauordnung in Osterobe, damit ihr eine eigene Kugel abbringt. Das ist wichtig, das braucht es jetzt. Also, ihr habt ja beide Familie und auch Kinder. Klärt uns auch, du hast zwei Töchter. Ich habe zwei Töchter, die Sophie ist zwölf und die Stefanie ist sieben. Und die fahren zwar Ski, aber tun lieber reiten. Also keine Skirennläuferin? Ich nehme nicht an. Also sie fahren zwar ganz gern Ski, am Liefst mit dem Vater, aber noch lieber tun sie ein bisschen reiten. Aha. Und deine beiden gibt es? Nein, ich habe zum Unterschied zum Fahren zuerst einmal eine Bauer gemacht, die ist halt gehört, und dann eine Mabel. Ja, weil alles kann er ja doch nicht bis jetzt sechs. Und weil der Bauer so hat, er tut snowboarden und golfen, das kann er schon viel besser wie, er so besser fährt wie der Franz. Das ist ja nicht der Tiroler Master, der Jungmaster, oder was? Ja, der Tiroler Jungmaster, hat so weiter gewesen schon. Und die Tochter hat dort auch reiten und snowboarden, und die haben sie einmal, wie sie so klein war, haben wir zu einem kleinen Film getraten, und sie haben gesagt, ja, Nina, fährt dein Papa auch snowboarden? Dann sagst du ja, nein, mein Papa ist alt, der fährt doch Ski. Als modern. Du warst immer so berühmt für den Schmäh. Naja, weil, wenn ich nichts gewinnt, muss ich, wenn ich seinen Schmäh habe. Was macht dich denn derzeit beruflich? Den habe ich noch nie gearbeitet gesehen. Ja, es ist ja schwer zu definieren, aber ich mache hauptsächlich Werbung, du hast schon recht. Unter anderem habe ich auch einen Fitnessclub in Wien, das Swiss Training, dann habe ich eine kleine Skibar in Klein-Kirchheim, mache eben, wie gesagt, Kärnten-Werbung, und bin viel in Amerika unterwegs. In Amerika? Ja. Was machst du in Amerika? In Amerika gibt es eine Franz-Klammer-Lodge, wo ich öfter auftauchen muss. Also du bist engagiert in der Kärnten-Werbung, was machst du beruflich? Ja, er hat ja ein Fitnesscenter. Auch. Habe ich nicht. Nein, ich bin kein Miniker-Meister und habe also diesen Dolomiten-Mann erfunden, ein Bewerb nur für die härtesten unter der Sonne. Weil ich habe so eine Leute kennengelernt, wie Franz und viele andere, die haben gerne trainiert, die sind gerne gelaufen, haben gerne sich gequält und das können sie bei dem Sport. Und ich muss alles voraus machen, habe dazu noch keinen Hubschrauber. Du machst alles voraus? Ja, mit dem Hubschrauber. Aha, richtig. Also da sieht man jetzt die Sportlerin, ja, weil es ist noch nie jemand so runtergesprintet, die Treppe wie du, Michaela. Sprint würde ich jetzt nie ganz sagen, aber es ist... Wie eine Gazelle, wie ein Steinbock. Wie geht's dir? Danke, alles Bestens. Ja? Wann hast denn du begonnen mit dem Skifahren? Ganz klein warst du noch. Es war auch halb. Du hast ja gerade mit dem Laufen angefangen, sozusagen. Ja, aber bei uns in der Gegend ist es so quasi, bevor man halt fast gehen kann, kann man eigentlich schon Skifahren. Und ja. Der Mama bin ich nicht mehr liegen geblieben. Der Kleine Bruder war noch klein genug, der hat noch geschlafen. Und ich bin halt dann mit dem Skifahren gegangen. Und dann hat es eigentlich relativ schnell, war klar, dass du eine sehr große Begabung hast. Du hast schon die ersten Rennen in der Volksschule gewonnen, glaube ich. Oder im Kindergarten? Kindergarten! Kindergarten, 1991. Liebt, gell? Ich weiß. Das hat so ein Stöpsel. Und dann ging es eigentlich, dann war für dich klar, du machst die Karriere im Skisport, ne? Ja, es war eigentlich dann, also das 1991 war das allererste Rennen. Und es war, ich sage jetzt mal, bis 2010 hat es nur in den Weg angegeben. Ich bin nie vor einer Kreuzung weggestanden. Es war immer nur, ach, ich habe gewusst, ich möchte es werden. Ich bin in den Weg gegangen. Hauptschul, Handelsschule, mit den ganzen Schülern, Kinderrennen, Jugendrennen, sofort rein. Ich habe sogar in den Europacup übersprungen eigentlich, im Weltcup. Und bis ich halt dann 2010 das erste Mal sportlich gesehen und mental auch an meine Grenzen war, wo ich dann eigentlich auch gesagt habe, nach Olympia 2010, danke. Welchen Muskeln spürt man beim Skifahren am allermeisten? Alle. Das ist so lustig, gell? Dein Mann ist auch sozusagen, alles bei dir begann im Kindergarten. Den kennst du ja auch schon immer eigentlich, gell? Den kenn ich schon, im Kindergarten, genau. Hört gleich wie ich. Ja, ich würde sagen, sehr praktisch. Praktisch, gell? Der hat den selben Namen. Da spart man sich den Doppelnamen oder Streiterei. Welchen Namen nehmen wir an? Ich würde mir, also glaubt mir, kann aber hätte er einen anderen Namen gehabt, hätte ich natürlich angenommen. Aber so ist es natürlich, ich habe gar nichts umschreiben müssen, es war auch praktisch. Aber verwahren Sie jetzt nicht miteinander? Nein, alles geklärt. Alles doppelt, dreifach geklärt, wie es passt. Okay. Ihr habt ein schönes Häuschen, quasi mit super Ausblick. Genau, wir haben ein bisschen zu was gebaut, ja. Jetzt kommt die Tanzkarriere sozusagen. Wann kommen denn die Kinder, die kleinen Kirchgassers? Ja, fest in Planung. Fest bei mir? Wie meinst du? Ich weiß nicht, was du... Naja, ihr esst sehr gerne, gell? Also du heilst natürlich, weil du Spalterin bist, wunderbar dein Gewicht. Wobei es gibt auch Skifahrer, die zugelegt haben. Ja, also ich habe schon aufpassen müssen, weil natürlich am Anfang, du hast dreimal wirklich gut essen, trainierst aber auch dementsprechend, verbrauchst dementsprechend eine Merkwalerin. Danach hat man mal ein bisschen, jetzt nicht die Schnauze voll vom Sport, aber man macht definitiv weniger. Ja, das passiert ein bisschen. Und gleich weiter essen funktioniert nicht ganz, also da muss man sich schon auch ein bisschen zügeln, aber mit einem halt gern, also Genuss, sprich guten Wein und Essen, das ist für uns nicht nur ein Hobby, sondern das machen wir wirklich gerne und wir dann beide sehr, sehr gern gemeinsam kochen. Kannst du? Also könnt ihr ja gut kochen? Ja, doch. Hatte dir der Papa beigebracht? Ja. Der fährt gern der Koch, gell? Ihr Papa ist gern der Koch, beibraucht hat sie doch die Mama dann, weil der Papa dann durcharbeiten war, jetzt hat sie das ja auch mal eigentlich gemacht und ich mache gerne so die Hausmannsgeschichten, eben speziell so, also einen kleinen Schweinsbraten, so richtig mit einer früchten oder einem Vorfühe, weiß nicht, kennst du den Vorfühe? Ja, also eine alte, alte Bauernspeise, Suppen, so Fleischnockensuppen eigentlich gesagt. Aha, nicht so Kaspersknödelartiges? Nein, 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 sowieso, wir Käsnocken, nur mit Gesöchten. Aha. Und die sind noch gefahren mit der Suppen, sehr gut. Ja, kriegen ja alle einen Buss, läuft das Wasser in uns zusammen, die Gästen. Und mein Sebastian ist der kreative, moderne Koch, der schaut in den Kühlschrank, ich weiß was drin ist und dann kriege ich was auf dem Teller, wo ich mir denke, woher, also faszinierend und es ist cool, weil wir machen oft auch so, eben so Hochzeitstag oder Weihnachten, also am Tag vor Weihnachten ziehen wir einfach vier Gänge und dann machen wir so aus, wer was kocht und dann überraschen wir uns. Du hast mich ja überrascht, auch optisch, also weil du ja wirklich sehr elegant, also edel angezogen bist. Man kennt euch ja als Skifahrerinnen, eigentlich natürlich entweder im Skianzug oder eher so sportlich. Wie wichtig ist denn auch die Optik? Ich sage, für mich ist immer so die Mode mit weißem Sneaker oder Turnschach dazu, das ist für mich nicht richtig in Frage gekommen, weil Turnschach für mich immer Arbeitsgerät war. Und ich habe das ganz gern gehabt, bei so einem halberten Steck oder zwischendurch Steckeschuach, weil ich einfach halt schon nicht nur Sportlerin bin, sondern auch Frau bin. Früher haben andere Kolleginnen gesagt, Dussi zu mir, aber… Wirklich? Ja, weil man halt einfach ein bisschen schaut. Nein, einfach weil es halt nicht so typisch war. Es hat sich alles ein bisschen geändert. Das finde ich aber nicht so schlecht. Hallo! 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 Pantikolis! Ja! Da sitzen wir normal nicht gern, auf der Sanzbank. Ganz leuchtende Augen haben Sie gehabt, wie Sie jetzt über dich geredet haben. Und Sie haben auch viele Fragen. Lukas, fang an. Ah ja, bei mir haben Sie vielleicht eh schon gehört. Also ich bin ja nicht besonders groß und jetzt wollte ich fragen, wann haben Sie eigentlich begonnen zu wachsen? Also wir können erstens ruhig bei du sein, weil unter Sportler ist das einfach so. Wie ich jetzt genau mit 13, wie groß ich war, weiß ich nicht mehr. Ich bin auch nicht einer der Größten. Und gerade zu Beginn meiner Karriere bei der Vienna hat ein Journalist geschrieben, ich wäre zu klein für einen guten Torhüter. Das war ganz am Anfang meiner Karriere. Und der hat aber dann sehr bald erkennen müssen, dass auch etwas kleinere Torhüter, ich bin so 1,84,5 einmal gewesen, jetzt bin ich ja schon ein bisschen kleiner geworden. Aber es reicht, also über 1,80 sollte man schon sein, um wirklich gute Leistungen bringen zu können. Oder man hat so eine extrem gute Sprungkraft, das kann man sich auch aneignen. So wie du, ne, der? Ja, der Panther, der hat natürlich eine riesen Sprungkraft und das war auch meine Stärke und das kann man sich antrainieren. Also wenn da ein bisschen was fehlen sollte, muss man das halt ausgleichen. Aber das wird schon. Geht's, ihr Jungs? Also, ich hab eigentlich keine Frage. Was man aber als Sportler beim Training nicht lernt, ist, was dann, wenn man berühmt ist, mit den Fans passiert. Irgendwann warst du auf einmal berühmt. Wie ist das dann gewesen? Konntest du unbehältlich durch die Straßen gehen, in den Supermarkt einkaufen, auf der Tankstelle stehen oder war das eigentlich unmöglich? Na ja, es wird dann natürlich mit zunehmender Leistung und Bekanntheit wird es natürlich immer mehr. Die Fans werden mehr und das ist ja sehr freulich. Das hat man ja sehr gern, weil das ist ja die Bestätigung, dass man irgendwas gut kann und was man erreicht, dass man was erreicht hat. Es wird dann natürlich so, gerade in Italien ist ja der Fußball, hat etwas einen höheren Stellenwert und da war es dann schon teilweise sehr extrem. Die sind auch offener, die gehen dann auf dich zu, da kommen dann gleich die Massen zu dir und wollen dich abschmusen und wollen nicht nur Autogramme. Die wollen halt die Hand schütteln, wollen mit dir reden und mit dem muss man einfach umgehen können, weil das dazugehört. Und Burschen, Mädels ohne Ende. Ja, strengt euch an. Das ist so eine schöne Metapher. Je weiter oben man kommt, desto dünner wird die Luft. Das passt ja zum Skisport perfekt. Perfekt. Die Luft oben ist ja dünner. Ja, genau. Aber oben hast du auch mehr Platz, die Aussicht hast du oben. Ganz genau, den Weitblick eigentlich. Wie alt warst du, als du gewusst hast, du möchtest einmal Skirennenläuferin werden? Also angefangen habe ich ja schon sehr früh, aber so richtig gepockt hat es mich bei einem Live-Event, damals nicht unweit von uns weg, in Bad Klein-Kirchheim, wo ich praktisch als damals Zwölfjährige, ich weiß es genau, es war der 11. März 1978, live bei einem Damen-Weltkirchheim dabei sein, habe ich bei einem Damen-Weltkirchheim dabei sein können und damals war mein Idol, mein Hero, Annemarie Moser-Bröll. Viele kennen sie wahrscheinlich noch und das war ein Moment in meinem Leben, der sehr entscheidend war und die Annemarie hat damals wirklich gewonnen und dieser Moment, wo sie von ihren Fans auf den Schultern getragen worden ist, auch von ihren Kolleginnen und als Siegerin durch das Stadion getragen worden ist, da bin ich da gestanden, als Kind angewurzelt, Augen offen, Mund offen, die Musik hat gespielt und die Fans haben gejubelt und in dem Moment, da hat sich in mir einfach dieser Wunsch vom Kopf ins Herzen hineingetragen, habe ich den an und für sich. Dort will ich auch einmal sein, da will ich auch getragen werden. Ganz genau. Wie wird man dann Schirinläuferin? An und für sich, also ich habe erstens einmal, muss ich wirklich sagen, das große Glück gehabt, dass meine Eltern mich absolut unterstützt haben und sie haben es wirklich gewusst, mich zu fördern, aber auch zu fordern. Meine Eltern sind selbstständig, wir haben eine Bäckerei zu Hause und sie haben immer wieder auch diese, heute sagt man Komfortzone, diese Bequemlichkeitszone. Und ich glaube, dass das ja auch ein Preis des Erfolgs ist, den du zahlen darfst, dass du dich nicht ausrostest auf deinem Allerwertesten, wie ist man, sondern, dass du einfach immer wieder die nächste Stufe anpeilst. Und wenn das einmal erreicht ist, freilich auch das zu feiern, dich selbst zu belohnen, nur dann geht es wieder weiter, aufs Nächste. Und warum war die Luft oben dünner? Wo hast du gemerkt, dass es dann irgendwie auch Schattenseiten gibt des Erfolgs? Und welche? Also eine ganz bestimmte Schattenseite war die, für mich jetzt persönlich, im Nachhinein, man weiß ja nie, wofür es gut war, aber absolut war, wo ich als Dritt platzierte in Valsoldana. Ich war am Siegespodest damals, mein erster Podestplatz und ich war trotzdem, ich wurde nicht nominiert für die Weltmeisterschaften damals. Und das war für mich schon ein ganz starker Knick in meinem Selbstwertgefühl, absolut, absolut. Und ich habe mich da wirklich lange gebraucht, bis ich mich wieder da rappelt habe. Gerade im Skisport, das heißt zwar Nationalteam, aber letztendlich bist du, sobald du am Start stehst, bist du alleine. Das heißt Freundschaften und Familie, weil man ist ja dann im Skizirkus auf der ganzen Welt unterwegs. Ich weiß nicht, wie das früher war, aber sicher auch. Ja, freilich. Du warst ja auch überall. Ja, ja, freilich. Und dann, also du bist schon, lebst schon die ganze Zeit aus dem Koffer, ist zwar zuerst. Super. Herrlich. Ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal Amerika geflogen sind, als Teenager kannst du sagen. Und dann am Schluss hat es geheißen, war schon wieder Amerika im Programm, aber es ist so. Und du lebst viel aus dem Koffer, du bist viel allein. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, das fehlt mir heute schon manchmal, wo ich mir denke, so diese echten, dicken Freundschaften, ich habe eine allerbeste Freundin. Aus dem Skizirkus? Nein, die habe ich seit der Volksschulzeit. Ja, sag ich ja. Das ist auch gut so. Die knüpft man in Wirklichkeit schon in der Volksschule. Und warst du auch manchmal weg zu so besonderen Anlässen, wo du die Familie gern bei dir gehabt hättest und nicht da warst? Ja, ja, also mein Papa war ja immer mit dabei. Der war ja auch mein persönlicher Betreuer. Aber meine Mama, dadurch, dass wir ja ein Betrieb, ein Unternehmenshaus gehabt haben, war meine Mama ja zu Hause. Jemand hat das ja machen müssen. Und das tut mir schon sehr leid, weil sie gerade tolle Momente nicht so hautnah erlebt hat. Sie, klar zu Hause, aber trotzdem ist es, man will ja die Lieben bei sich haben. Und das hat schon manchmal wehgetan. Absolut. Du hast dann eigentlich deine Karriere beendet. Nicht, weil du nicht mehr konntest, wolltest oder nicht fit genug warst, sondern es war ein sehr einschneidendes, persönliches und tragisches Erlebnis. Traurig an und für sich, ja. Also, an und für sich wollte ich schon beenden die Karriere. Er war mein Mann und meine Familie hat mich überredet, noch ein Jahr weiterzufahren. Und in dem Jahr war Meier-Ulli meine Zimmerkollegin. Und sie ist dann bei einem Weltcup-Rennen leider verunglückt, natürlich verunglückt. Und damals habe ich dann keinen Sinn mehr darin gesehen, diese ganzen Strapazen und das alles, wofür. Das sind die großen Fans. Kommen wir zum Herrn Kuhn. Können Sie sich an irgendein Spiel ganz besonders erinnern? An viele kann ich mich ganz besonders erinnern. Beispielsweise das Abschiedsspiel von Pelé in Sao Paulo, wo der Kurt Yara sein erstes Tor geschossen hat, das junge Bub. Oder das berühmte Spiel Herbert Prohaska, wo er nach 30 oder 29 Jahren zum ersten Mal wieder zur Weltmeisterschaft gefahren sind. In Izmir 1 zu 0. Sein Tor, sein Auftritt. Wie war es denn? Für mich war es damals, außer dass es ein wichtiges Tor war, war es auch persönlich ungemein wichtig, weil ich eigentlich über Österreich hinaus dann bekannt wurde. Das heißt, in Europa, dieses Tor ist eigentlich in der ganzen Welt gespielt worden. Es war was Besonderes, weil sich Österreich, wie der Michi gesagt hat, lange nicht bei einer WM präsentiert hat. Und für uns war das eben auch dann der Beginn. Es war mein internationaler Durchbruch persönlich und es war auch, glaube ich, ein Beginn einer großen Mannschaft. Die Ränge waren voll. Die türkischen Zuschauer haben einen Höhenwirbel gemacht. Aber sie waren taktisch schwach. Sie sind eingegangen. Dann, wie das Spiel begonnen hat, waren sie ruhig. Und es war eigentlich nicht mehr damals dieser Wirbel, den man befürchtet hat. Und noch was Besonderes, es war damals so, dass sie uns auch so ein bisschen segieren wollten, wie man so schön sagt, in Wien. Wir durften nicht mit unseren Tressen spielen. Sie haben zuerst angegeben, dass wir also mit rote Tressen spielen sollen. Sie spielen mit weißen. Wir hatten nur rote mit. Und dann haben plötzlich die Türken gesagt, sie spielen rot. Und wer genau schaut und wer sich noch erinnern kann, wenn man das sieht, der sieht, dass wir mit türkischen Tressen spielen. Weil wir doch neutral antreten wollten. Wir haben das Wort reitet. Wir schauen jetzt mal ganz kurz rein. Bei 1 zu 0. Ein super. Das hat man jetzt nicht so ganz genau gesehen, aber es war ein bewegendes Spiel. Und was mich so geärgert hat damals, die Kamera, die türkische Kameraleute, haben nach seinem Tor ganz stur immer auf einen türkischen Spieler hingeschwenkt. Die Österreicher sind am Boden gelegen, haben sich gekugelt, haben sich geküsst, haben sich umarmt. Und die haben das nicht gezeigt. Aber das Tor trotzdem gekolten. Naja, wenigstens war es. Eine Frage an Sie, lieber Herr Herbert. Was möchten Sie noch gerne machen im Fernsehen? Also im Moment bin ich mit Ihnen zufrieden und man soll jetzt nicht zu viel wollen, denn ich meine, so einfach ist es ja nicht, wie man glaubt. Also das heißt, das jetzt mit der Analyse, das würde ich mir einmal erreichen und dann schauen wir einmal. Ich sehe doch meine Zukunft vielleicht doch eher wieder im Trainergeschäft. Wieso, der Generalintendant wäre frei noch jetzt? Das ist ja wieder hinter den Kulissen. Ja, hinter den Kulissen, aber vielleicht reizvoll, ja. Jetzt fällt mir auf, ich habe mich als treuer Seher, da kann ich schon, habe ich mich darauf vorbereitet, dass wir per du sein werden. Aber wir sind es nicht. Sie sagen zu ihm Sie, Sie sagen zu mir Sie, ich sage zu Ihnen Sie. Wisst ihr denn das? Nein, wir können gerne per du sein. Also das machen wir immer vorher aus und normalerweise. Wollen wir? Das ist meine große Freude. Danke. Danke. Dancing Stars, Profi-Tänzerin Katrin Menzinger, herzlich willkommen. Hallo. Katrin. Wann hast du mit dem Tanzen begonnen? Genau, ich habe mit drei Jahren begonnen, Ballett zu machen. Und dann mit sechs Jahren habe ich begonnen, Turnier zu tanzen. Und meine Eltern haben mich dazu gebracht. Also die haben mich als Kind natürlich ordentlich gefördert, haben mir verschiedene Sportarten ausprobieren lassen. Tanzen hat mir dann besonders gut gefallen. Ich habe da mit meinem Bruder getanzt, den haben sie am Anfang gezwungen, muss man dazu sagen. Die haben gesagt, jetzt probiere das einmal, ein, zwei Monate. Wenn es dir dann immer noch nicht gefallen, dann musst du es nicht machen. Aber dann hat es ihm auch gefallen. Und dann haben sie uns halt wirklich jeden Tag zum Training geführt, haben geschaut, dass wir auch brav trainieren und es kontrolliert. Weil als Kind macht man ja von selber leider nicht so viel. Das heißt, auch wenn du jetzt über das Gesicht strahlst, über das Ganze, aber das war mitunter schon so, dass du lieber im Bett geblieben wirst, zu Hause mit Puppen gespielt hättest und nicht unbedingt zum Tanztraining. Wie viele Stunden waren das denn? Na klar. Also nach der Schule waren wir schon so drei Stunden sicher, die wir trainiert haben. Jeden Tag? Jeden Tag, ja. Also als Sechsjährige noch nicht, da war es vielleicht eine Stunde am Tag. Und dann, wann war es dann wirklich täglich? Wirklich täglich dann schon sicher mit zehn, elf schon. Und was war dann so mit Freundinnen und mal blau machen? Ich meine mit zehn Jahren jetzt nicht, aber... Blau machen nicht, aber die Freunde habe ich ja in der Schule gesehen. In den Pausen. Das ist eine andere Form von Disziplin, ha Dino? Das ist eine Form von Disziplin, ja. Also das ist nichts für mich. Also das ist die Spitze, ne? Wird auch nicht so sein, dass du jetzt dann am Ende der Sendung rausgehst und der neue Tanzpartner von der Katrin werden möchtest. Nein, nein, nein. Da hätten wir jetzt die Haarfarbe... Das würde sie sicher verhindern, aber ich würde es auch verhindern, weil so organisiertes Tanzen, das geht bei mir überhaupt nicht. Geht gar nicht, aber die Haarfarbe würde schon mal passen. Die Haarfarbe würde gut zusammen passen, gell? Wir können ja für ein Foto posieren gemeinsam. Und endlich würde er kommen zum Training, ne? Ja, genau. Der Punkt ist, Disziplin kann Spaß machen. Was ist das Wort Disziplin, was bedeutet es für dich? Warum macht es dir Spaß oder wie kannst du es erklären? Naja, ich muss dazu sagen, dass es natürlich nicht immer Spaß macht, weil zu Disziplin gehört natürlich auch auf viele Dinge zu verzichten, die man jetzt im Moment gerne tun würde. Zum Beispiel, wenn wir nach einem extrem langen Tag bei Dancing Stars im Studio todmüde, fix und fertig sind und alles tut uns weh und dann am Abend nicht mit den anderen was essen gehen, sondern selber noch trainieren gehen. Das ist zum Beispiel Verzicht auf etwas. Und das machen wir aber. Wie schaut es aus mit Essen? Essen ist natürlich als Tänzerin auch ein heikles Thema. Also wir versuchen uns natürlich sehr, sehr gesund zu ernähren. Also das heißt, dass ich zwar einerseits auf meine Kalorienzufuhr schon aufpassen muss, dass es nicht mehr ist, als ich brauche, als mein Körper braucht. Ja. Aber natürlich brauche ich trotzdem die nötige Energie zum Tanzen und zum Training. Alkohol? Alkohol zum Beispiel, Gott sei Dank mag ich auch gar nicht. Also Alkohol trinke ich echt selten. Rauchen? Rauchen auch nicht, nein. Und das kann man sagen, relativ, also zwölf Monate im Jahr, 365 Tage. Also da gibt es nicht wirklich mal Tage, wo du sagst, ha, heute lasse ich die Sau raus, heute stopfe ich nur Schokolade und Schiebsre. Das gibt es natürlich schon. Das gibt es. Ich würde sagen, vielleicht ein, zweimal im Monat passiert das definitiv. Na klar. Und das macht schon Spaß oder mehr Spaß als Disziplin? Ja, natürlich. Ich sage ja nicht, dass das keinen Spaß macht. Diszipliniert zu sein ist harte Arbeit. Also als Sportler setzt man sich ein Ziel. Mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden und das Ziel habe ich schon lange und daran arbeite ich halt. Und jeden Tag, wo ich jetzt ein Training auslasse. Aber ist das doch eh schon so super. Wie gut sind denn dann die? Noch ein Stückchen besser. Also letztes Jahr waren wir Vierte bei der Weltmeisterschaft. Also da fehlt schon noch ein bisschen was. Aber trainieren die dann noch härter? Die machen vielleicht nicht so viele andere Sachen gleichzeitig. Ich habe ein bisschen und ich rede immer wir, es tut mir leid, weil mein Partner und ich da eigentlich fast eine Person sind. Wir verbringen den ganzen Tag zusammen, trainieren, arbeiten und wohnen zusammen. Also wir machen sehr, sehr viel neben dem Tanzen. Wir tanzen auch nicht nur Standard oder Latein, was die meisten Tänzer machen, sondern beides. Zehn Tänzer. Und noch Kürstandard und Kürlatein. Dazu machen wir Dancing Stars. Dazu sind wir Herressportler und dazu machen wir auch Choreografie für Musicals und unterrichten jeden Abend drei, vier Stunden. Das sind so ungefähr acht bis neun Jobs. Herzlich Willkommen, hier ist Edi Finger, Junior. Edi Finger, Junior. Einmal Junior, immer Junior. Ja. Na ja, ich wäre 51, ich sage es ganz ehrlich. Ich habe einen Sohn mit zehn Jahren, das ist der echte Junior. Nur es war halt schwer. Der Papa war Sportreporter, ich war Sportreporter. Der Papa hat gesagt, ich werde nie der Senior. Also bin ich der Junior geworden. Hat Sie Ihren Papa gefördert? Ja, natürlich. Wie hat er denn das gemacht? Er war der beste und strengste Kritiker. Das wissen wir in unserem Beruf, gibt es ja keine ehrlichen Kritiker. Es gibt entweder die Freunde oder die, die ihn halt nicht so gern haben. Der Papa war wirklich ehrlich. Der hat gesagt, das war gut. Dann habe ich gewusst, das war gut. Oder das war schlecht. Dann habe ich gewusst, das war ganz schlecht. Und dann hat er mir natürlich geholfen hier im ORF. Der Papa war ja im ORF ein sehr prominenter Mann und der hat alle Leute gekannt. Es wird jetzt geschwindelt, wenn ich sage, ich bin halt reingekommen bei der Tür oder ich bin gecastet worden. Also mir hat der Papa reingebracht. Hat es ja nie Neider gegeben? Ja, genug. Oh ja, ich habe mich über jeden gefreut. Das gehört dazu. Wie oft hat es denn der Papa gerichtet? Nein, gerichtet hat er es nicht. Er hat mich nur kontrolliert und hat mir geholfen und hat mir die Chance gegeben. In unserem Beruf, Reporterberuf, in der Showbranche, da braucht man ja nicht nur das Können. Man braucht ein bisschen Glück, ein bisschen Masel. Man braucht die Chance. Das wissen Sie ja als junge Damen, die mit jedes, die braucht man. Und wenn man die Chance kriegt, dann kann man es beweisen, das weiß der Papa Wurz von seinem Sohn, der kann nie beweisen, dass er gut Formel 1 fährt, wenn man ihm nicht die Chance gibt. Und mir hat der Papa die Chance gegeben. Und der Papa ist jetzt 10 Jahre tot und deswegen heiße ich immer noch Junior auch als Kompliment und Erinnerung an den Papa. Denn es hat ein paar Leute gegeben, die haben gesagt, am Tag, wie der Papa gestorben ist, oder am nächsten Tag, so, jetzt ist der Papa tot, jetzt brauchst du dich immer Junior nennen. Und das habe ich irgendwie unschicklich gefunden. Und ich bleibe der Junior, solange ich will. Wann hast du denn das erste Fußballmatch besucht? Besucht, weil ich kann mich noch an den Happlerinnen im damaligen Praterstadion, heute heißt es zuerst Happlstadion. Also ich war ein kleiner Knirps, ich glaube vier, fünf Jahre, da war ich dabei. Ich bin im Sport aufgewachsen und ich probiere es auch mit meinen Kindern. Also der Sport, das ist die schönste Umgebung für einen jungen Menschen. Ich kann es allen empfehlen, geht es nicht in die Disco, raucht es nicht, geht es am Fußballplatz. Bist du nie verglichen worden? Hat man eben gesagt, der Papa war also eine Legende. Naja, ich weiß so, ich war vor Jahren einmal in Deutschland bei einer ähnlichen Sendung wie heute. Und da ist auch diskutiert worden und da war ein älterer Mann dort und der hat den Papa und mich verwechselt. Und da hat sie mir gesagt, Herr Finger, Sie sind ganz gut, aber ich habe gehört, Ihr Sohn ist noch besser. Ich muss eines sagen, für mich war ja der Papa nicht der Sportreporter. Er war für mich, das war Kabarett, man kann einen Farkasch, einen Waldbund, wie soll man die vergleichen? Wer sagt, der war besser? Der Papa war so, wie der Papa war, das kann kein anderer machen. Ich kenne es in manchen Bereichen, weil ich ja immer mit ihm zusammen war, aber ich mache es absichtlich nicht. Ich versuche, das halt ein bisschen anders zu machen und bemühe mich auch, Redliches halbwegs gut zu machen. Es gibt ja auch den Edi Finger Junior, also es gibt einen kleinen zehnjährigen Sohn von dir. Würdest du dir wünschen, dass er auch in deine Fußstapfen tritt? Ja, das Problem war einmal mit dem Edi, wie wir ihn nennen, also mittlerweile haben wir ihn genannt, Edi den Dritten. Aber ich hoffe, er wird dann irgendwann einmal Doktor Finger heißen, als Akademiker. Nein, der Edi lebt mit mir, so wie ich mit dem Papa gelebt habe. Der fährt gern mit zu dem Match, der ist gern im Stadion. Und der Edi, der fährt auch immer mit und das gefällt ihm und er beginnt jetzt auch schon so Kleinreportagen. Du würdest ihn unterstützen? Nein, ich würde es nicht verbieten. Also es ist ja nicht so, wie beim Wurz, es ist ja nicht gefährlich, wenn man Reporter wird. Nein, nein. Er hat ja zu Hause Fußballtaste und immer mal Gäste kommen müssen, weil er kann nicht mehr einschießen, weil er schon auf Fahrt ist, müssen die Gäste im Burmarschießen. So geht es ja auch nicht. Das mache ich aber nur mit ganz lieben Gästen. Also aus der Motorbranche. Also du würdest nicht unbedingt... Nein, ich würde ihm helfen. Wenn er kommt zu mir und sagt, Papa, ich möchte Sportreporter werden, sage ich, ja, machen wir. Dann machen wir auch ein Buch und eine Platte und eine CD. 100 Jahre Sportreportage. Edi Finger, das hat es noch nie gegeben. Also ich stehe hinter Edi mit mir. Also du findest es auch keine Schande, wenn er dann in deinem... Nein, also ich bin auch ordentlich gekleidet. Das ist... Sie hat es mit ihren isometrischen Übungen die Nation frühmorgens beglückt. Wir haben alle mitgeturnt. Sie wissen sicher, wen ich meine. Jetzt sehen wir einen kleinen Ausschnitt. Frau Ilse Buck bei der Morgengymnastik im Sender Rot-Weiß-Rund. Auf und auf und vor. Auf und vor. Wir beugen uns zur Seite, nach links und nach rechts. Ilse Buck, herzlich willkommen. Frau Buck, wie sind mit Ihnen gemeinsam aufgestanden, haben brav Ihre Übungen mitgemacht. Welche Sportart machen Sie denn am liebsten? Ich? Tennis spielen. Immer noch? Das glaube ich. Jens erst recht. Wie sind Sie denn zum Radio gekommen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich war ein Werkstudent. Ich musste mir mein Geld für mein Studium verdienen. Daher bin ich länger im Geschäft. Und habe also versucht, irgendwo etwas zu tun, was mit meinem Beruf zu tun hat. Und da bin ich zu Orania gegangen. Und dort hatte ich dann Kurse. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche es auch einmal beim Rundfunk. Und ja. Und da hat man mir eine Zeitung in die Hand gedrückt. Und hat gesagt, lese es was vor. Und dann habe ich vorgelesen. Und dann, danke, Sie werden von uns hören. Habe ich mir gedacht, da höre ich nie was. Und nach einiger Zeit bekam ich die Verständigung, dass ich als Aushilfe fallweise einmal Morgengymnastik machen kann. Und der Grundgedanke der Isometrik, die Kraft wächst am Widerstand. Ich selbst habe von der Isometrik in Amerika erfahren, bei einem Aufenthalt. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich etwas sehr Praktisches. Und ja. Habe mich dann mit der Sache auseinandergesetzt. Habe das gelernt. Und habe die Möglichkeit gehabt, bei Ö3 auch isometrische Übungen zu machen. Ich glaube, bekannt ist es ja geworden, durch eine Verletzung von der Annemarie Moser-Proll. Genau. Es ist dann, haben einige Leute gefunden, so ein Blödsinn. Wie kann man das im Rundfunk bringen? Und da kam mir eben ein Zufall zu Hilfe. Annemarie Moser-Proll hatte einen Skiunfall und lag auf der Universitätsklinik Innsbruck. Und nun weiß man, dass jeder Spitzensportler, wenn er eine Trainingslücke hat, natürlich Probleme hat mit dem Muskeltonus, die Muskulatur. Er schlafft. Und um das zu verhindern, hat man versucht, mit der Annemarie Moser auch Bewegung zu machen, beziehungsweise die Muskulatur zu trainieren. Und das war mit Isometrik. Sind diese Übungen eigentlich schwierig? Kann sie jeder machen? Problemlos? Die kann jeder machen. Und könnten Sie uns jetzt vielleicht hier gleich mal allen gemeinsam ein paar Übungen zeigen? Wird das gehen? Ja. Müssen wir ausstehen? Nein, Sie können sitzen bleiben. Aber dann setze ich mich auch, ja? Ja. Wunderbar. Und die Übungen, die ich Ihnen vorschlagen möchte, sind insofern vielleicht ganz praktisch, als jetzt das Dehnen, das Stretching, ziemlich en vogue ist. Eine kleine Unterbrechung. Sie zu Hause, machen Sie einfach mit, setzen Sie sich hin. Ja, und ich kann Sie bitten, gleich einmal mitzumachen. Da gibt es ein Problem für die Halswirbelsäule. Wenn Sie lange beim Fernseher sitzen oder vor einem Computer, dann tut Ihnen der Nacken weh. Und da gibt es eine ganz einfache Übung. Sie nehmen die rechte Hand und legen Sie an die linke Schläfe. Dann drehen Sie den Kopf ganz langsam zur Seite und die Schulter in die andere Richtung. Und dann bleiben Sie eins, zwei und drei. Und dann gehen Sie wieder zurück. Entspannen sich. Machen Sie umgekehrt auch. Hand an die Wange, drehen. Andere Schulter nach hinten und bleiben. Eins, zwei, drei. Und dann gehen wir wieder nach. Und das Zweite. Der Rücken ist meistens auch ein bisschen ein Problem. Und das heißt nicht umsonst, 70 Prozent aller Österreicher haben ein Problem mit der Wirbelsäule. Und durch das viele Sitzen wird natürlich die Wirbelsäule nicht besser. Und da gibt es auch wieder eine ganz einfache Geschichte. Sie sitzen möglichst gerade, nehmen die Arme nach hinten, verschränken die Finger, ziehen die Schulter nach hinten und den Kopf hinauf. Sie schauen nach oben. Bleiben einen Atemzug, einen zweiten, einen dritten. Und dann gehen Sie langsam wieder mit dem Kopf hinunter, mit der Schulter vor. Sie sehen, so einfach ist es. Und wenn Sie das alle doch probieren. Darf ich zur Erklärung noch sagen. Ich würde Sie sehr herzlich bitten, wenn Sie von nun an Ihren Wahlspruch in die Tat umsetzen. Täglich, beweglich. Danke. Danke. Ihr Lieben, du seid sich jemals miteinander gefahren? Habt ihr miteinander ein Rennen bestritten, ihr zwei? Leider schon. Leider schon. Wer hat gewonnen? Er hat schon eine schlechte Erinnerung. Oh, der war sehr schnell. Ich glaube, er hat eine schlechte Erinnerung. Darum hat er gesagt, leider schon. Leider schon. Aber man hätte ihn fast zusammengefahren. Wirklich? Ja, ja. Da hat es noch die kurzen Abstände gegeben beim Training. Und ich bin hinter ihm gefahren. Er hat die Nummer eins gehabt, die zwei. Und dann kam er Hausberg runter, steilen Schuss. Und dann sehe ich, es war nur ein 20 Sekunden Start. Und dann sehe ich, unten ist alles geflogen. Der Egon hat alles verloren. Er hat einen Sturz gemacht. Und dann bin ich so über die Skier drüber gesprungen, über die Skistöcke am Schluss noch über ihn. Und dann habe ich drüber springen müssen. Aber ich habe mir wenigstens gedacht, dass er wenigstens sagt, Servus Egon. Bei dir war es ja so, Egon, du hast einmal den Doni Seiler, glaube ich, salutiert. Das war so dunkle Demo. Ja, das war in Kitzbühel, da war er Vorläufer. Und der Doni war oben, der Doni war für mich ein großes Vorbild. Und danach sage ich, Doni, machst du mir eine gute Spur runter? Ja, sowieso Egon, dann mache ich dir natürlich eine gute Spur. Oder das ist ja logisch. Er fährt auch eine Maus, halt Maus fallen um mich da, tschack, weg war er. Und da hat man ja nicht die Hände gehabt, wo man gesagt hat, der Doni Seiler hat oben einen Verschneider gehabt oder es hat ihn rausgekaut, da hat man nichts gehört. Jedenfalls hat es geheißen, Zimmermann, Stadt, eine Minute noch. Ja, ich bin schon da, ich bin jederzeit bereit. Und dann ist man so umgegangen, aber wenn du am Start warst, dann warst du natürlich geladen. Jedenfalls fahre ich runter in die Maus, komme ich rein, in den ersten Steilhang. Aber um mich rein, im schwierigsten Teil unten schaue ich rein, im Steilhang unten, sehe ich den Doni drüben im Schnee drin. Da ein Ski, da Brillen, die hast du aber so gekämpft, hat es ihn dort reingekaut, aber wir. Der ist unten gestanden, die in den Steilhang rein und wenn du Freunde hast, dann tut mir ja grüßen, das hat der Karl bei mir nicht gemacht. Er ist über mich drübergekupft und ich bin unten gelegen, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Aber da bin ich vorbei, da im steilen, im schwierigsten Teil drin, bin ich halt so vorbeigefahren, habe den Skistock-Sack genommen und salutiert. Servus, Doni. Dann bin ich runtergefahren und dann habe ich die Bestseil gekauft. Das wird er tun, dann habe ich in dem Ziel unten, kommt er auf einmal ein und dann sagt er, Egon, ich habe vieles gesehen, aber das war das Größte. Beim schwierigsten Teil tust du mir noch salutieren und mich hätte es noch bald auf die Rübe gekauft, wie man so gesagt hat. Aber sind die Österreicher, also in dem Fall ihr, war es ihr einfach so super? Wir waren gut, teilweise sehr gut. Wir haben damals die besten Leute gehabt, ich meine, der alte Zimmermann und ich. Ich glaube, du bist aber ein Schlingel. Ich muss mir eines sagen, ich habe mir zuerst gedacht, wenn ich da reinkomme, meine, geht ja wie viele Jahre sind das her, da bist du der Älteste. Aber ich bin nicht der Älteste, ich habe jetzt das ausgefunden, es ist noch ein älterer Tag. Der Schranz von St. Tanton. Das musste ja kommen. Stichwort Olympiade. Wir erinnern uns alle an Karl Schranz, Saboro, ne? Ja, Sauerei. Eine Sauerei. Ja, einmal frei. Wie ist es dir damals ergangen? Wie lange ist die Sendezeit? In dem Fall, naja, haben wir noch ein bisschen, ja? Haben wir noch Zeit? Ja, geht schon, ja. Na gut, ich meine, logischerweise, den berühmten Heinz Brüller kennt doch auch jeder. Und der Heinz, wir haben den zweiten Lauf gehabt. Wir haben den ersten Lauf Pestzeit gefahren, am zweiten nicht mehr dazugekommen, weil der Heinz schon hergekommen ist und gesagt hat, Karl, einen traurigen Blick hat er gehabt. Und er sagt, was ist denn los? Er sagt, du, das IOC hat dich disqualifiziert. Und ich sage, es gibt es ja nicht, bitte, es ist unmöglich, wieso ich? Ja, und dann war es so. Ich meine, die Abstimmung ist 18 zu 14 gegen mich ausgegangen. Und Branditsch hat das erreicht, was er wollen hat. Und daneben war die Rückfahrt nach Wien. Und im Flugzeug hat der Ex-Generalintendant, mein Freund, Gerd Bacher, gesagt, du musst dir was gefasst machen. Da sind ein paar Leute, da sage ich, ja, fahren wir schnell rein. Und dann sage ich, grüß Gott, zum Kreis gehen und das wird so vorbei sein innerhalb einer halben Stunde. Und dann sagt er, na, so geht es nicht. Du musst da bleiben. Das geht nicht. Gut, dann sind wir reingefahren, also am Flughafen waren schon über 20.000 Leute. Ein Tumult, das ist zugegangen, logischerweise. Und dann in die Stadt hinein, dann sind wir überhaupt nicht mehr weitergekommen. Das war immer Schritt, Tempo, Schritt, Tempo, Schritt, Tempo. Und der Kreis, glaube ich, ist schon ein bisschen nervös geworden, dass also ich zu spät komme, dass er bestimmte Zeiten nicht einhalten konnte. Aber wir haben uns dann gut unterhalten. Und ja, das war's. Ich bin zufrieden. Aber es sind beide wirklich gut erhalten. Wahrscheinlich ist es... Nein, das meine ich jetzt... Nein, das hat einen Grund, warum ich das sage. Das kann man mir aber von dir auch sagen. Das war ein... Ja. Genau. Weil das hat einen Grund, weil der Karl mich gesagt hat, gerade eben hinter der Bühne, wie viele Sendungen ich schon gemacht habe. Genau, über 2700 haben wir noch gesagt, jetzt, dass die Zeit vergeht. Dann habe ich dir ein Kompliment gemacht, deine wunderschöne Frau. Ja, richtig. Die ja heute auch im Publikum sitzt, die Evelin. Wirklich sehr, sehr fesch. Ja, da sitz ich. Aber... Ja. Meine Behandlung. Ja, naja, eben nicht, das ist die Frau. Meine Behandlung. Nein, das ist die gute Ehe. Nicht so lange zu ist. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange du schon verheiratet bist und was hast du gesagt? Evelin, wie lange sind wir verheiratet? 32. 32 Jahre. Ja, und was hast du gesagt, zu lange. Zu lange. Ja, das war früher schon so, wo wir Amateure waren. Ja, Amateure, wir waren nie Amateure. Und ausgeschlossen haben sie mich. Ja, das ist das Allerbeste. Sie war die erste Frau, die im deutschsprachigen Raum Spottnachrichten moderiert hat. Hier ist Ingrid Wendel. Bitte, liebe Ingrid. Wie war es wieder nach langer Zeit, in die heiligen Hallen des ORF zu kommen? Also heilig waren die ja nie. Nein, nein, das waren sie nicht. Aber ich denke da gerne dran zurück, weil das sind ja doch 29 Dreivierteljahre gewesen. Und eigentlich die Zeit, in der man ganz erwachsen wird und wahrscheinlich einen Beruf haben soll, der einem Freude macht. Ich hatte den ja aber vorher schon. Und das war das Eislaufen und das war das Eisrevue-Laufen. Und das war eigentlich meine große Erfüllung. Und als ich dann aufgehört habe, habe ich mir gedacht, ja, ich mache irgendwas. Ist wurscht was. Ich habe im Realitätenbüro gearbeitet und an einem Bau gearbeitet. Mein Vater war Baumeister. Und das war so ein bisschen eine Affinität dazu. Und dann war ein Test beim ORF als Sprecherin. Ein Casting sozusagen. Also hat man damals noch gar nicht so hochdrabend genannt wie heute. Aber ja, es war ein Test. Und da waren zehn Leute. Und ich hatte kein Fernsehapparat daheim. Ich wusste überhaupt nicht, was eine Sprecherin zu tun hat. Ich war aber vorher zwei Jahre in Amerika und habe dort im Land der unbegrenzten Fernsehsender alle beobachtet. Habe ich dem ORF sofort erzählt, wie man Fernsehen macht. Okay. Und ich bin mir gut vorgekommen. Ich habe mir gedacht, ja, das werden Sie akzeptieren und da werden Sie was lernen draus. Weil in Amerika macht man das so. Und dann habe ich ein halbes Jahr nichts gehört von Ihnen. Wann war denn das? Das war 1972. Und dann hat einmal ein Freund eines Freundes angerufen und hat gesagt, weißt du, der macht XY unbekannt und wir brauchen manchmal eine schöne Laich. Also du könntest da arbeiten. No, habe ich mir gedacht, verdient man auch ein bisschen Geld. Aber dann hat Gerd Bacher sich vorgestellt, dass ich da doch tun soll. Mehr machst. Aber irgendwann bist du ja dann quasi die erste Sportmoderatorin geworden. Ungewöhnlich in einer Männerdomäne. Also es war so, ich habe Sprecherinnendienst gehabt und daneben ist die Kamera gelaufen. Aber es ist kein Ton gewesen. Es waren Übertragungen von Europameisterschaften aus Jöteborg. Und da haben sie gesagt, Frau Wendl, wenn Sie eine Pause haben, gehen Sie rüber und reden Sie was. Habe ich gemacht, habe mich gefreut. Sehe ich die Eisläufer wieder und gut waren die. Und habe das also halt so, ich habe mir nicht gewusst, wie man das macht. Und dann kam der Kundendienst und hat gesagt, also es waren in 20 Minuten 30 positive Anrufe. Und sonst gibt es in 24 Stunden einen, das hat den Leuten gefallen. Auch damit wusste ich nichts anzufangen. Wir hatten noch immer kein Fernsehapparat. Also die Affinität, ich will im Fernsehen arbeiten, war eher ein bisschen Journalismus und Tun halt. Wir haben ein bisschen was zusammengeschnitzen gefunden aus deiner Zeit damals. Du wirst dich erinnern. Ja. Vielleicht schauen wir mal gemeinsam rein. Einen weiteren Weltrekord steuerte Karl Utsar, ebenfalls Sowjetunion, mit 169 Kilogramm im Reißen da. Bye. Soll ich nochmal die Seite machen? Wir begrüßen die Teilnehmer der Arbeitsgruppe Regelwerk Fernsehen und freuen uns, dass Sie diesmal Wien als Tagungsort gewählt haben. Einen angenehmen Sonntag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es bleibt uns heute nur eine Wiederholung einer filmischen Selbstdarstellung. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Einen angenehmen Sonntag, meine Damen und Herren. Applaus Das waren die Barbara Kalich Show Classics. Idole aus der Welt des Sports. Schalten Sie auch nächste Woche ein, wenn es heißt Dunkle Geheimnisse. Applaus Vielen Dank.